Heute gibt es ein kleines Vivi Community Update, aber in schriftlicher Form. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall ganz kurz den nächsten Comic Drop an. Und wir werden uns auf jeden Fall anschauen, welche Collectibles jetzt in Zukunft geburnt werden, beziehungsweise tatsächlich auch schon morgen geburnt werden. Deswegen schau dir das ganze Video auf jeden Fall unbedingt bis zu mir an, um mir wirklich jede Information für dich mitzunehmen. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle direkt rein ins Video. So, ein kurzer Reminder, bevor wir jetzt hier richtig rein starten. Ich bin ja nämlich morgen Abend am 1. Dezember um 19.00 Uhr in deutscher Zeit live mit Reece und ich freue mich auf jeden Fall über eure Anwesenheit. Und wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten auch mal einmal kurz on stage kommen, eure Fragen stellen und dann auf jeden Fall hier, ja, eure Frage live und ja, auch persönlich im Prinzip Reece stellen. Deswegen, falls du Bock hast, komme sehr gerne vorbei. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir rein in das ganze kurze Community Update, was dieses Mal schriftlich kommt, weil sie es einfach tatsächlich zeitlich noch nicht ganz geschafft haben und das Ganze einfach kombinieren wollen aus November und Dezember und deswegen halt einfach auch wegen den Feiertagen und so fort halt wirklich ein kombiniertes Video machen wollen. Das heißt, wir sehen jetzt für November und Dezember kein einzelnes Video, sondern es wird zusammengefasst. Fangen wir aber direkt an hier mit den kleinen Updates. Die Merge Accounts, Development ist completed und das Test Rollout wird jetzt nächste Woche dann starten und dementsprechend sollen wir uns dann hier auf jeden Fall vorbereiten auf den Artikel und wie das Ganze dann funktioniert. Ich gehe davon aus, dass wir es auf jeden Fall dann jetzt auch im Dezember vollständig sehen. Dann gibt es noch ein Update für Crypto Pay-In und zwar ist nämlich hier Live Introduction Available to Small Groups of Beta Testers. Das heißt, es ist hier auf jeden Fall schon eine Live Testung für eine bestimmte Gruppe bzw. Beta Tester schon verfügbar. Wenn hier keine Fehler auftreten und alles glatt läuft, dann können wir hier auf jeden Fall mit Mitte Dezember auch mit diesem ganzen Feature rechnen, was einen extrem signifikanten Einfluss haben wird, auch wie, da wir hier natürlich mit Crypto Pay-In, Bitcoin, Ethereum oder auch Justity oder auch Binance Coin hier zum Beispiel einfach in die App einfließen können. Und dementsprechend noch mehr Liquidität theoretisch in die App kommen könnte, was interessant ist natürlich für große Kryptowahle. Ich bin sehr gespannt, was das für großen Einfluss dann wirklich haben wird, wenn das ganze Feature für jeden da ist. Aber ich werde dich natürlich hier auf den Lauten halten. Deswegen, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest und immer so ein bisschen auf dem Update bleiben möchtest, ja, was passiert denn jetzt hier auch mit dem Update im Zusammenhang, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall da draußen kein neues Update-Video. Ansonsten, was auf jeden Fall dieses Jahr auch noch on track ist, ist MCP-Phase 1 und das ist sehr, sehr positiv. Ich gehe mal davon aus, dass wir es wahrscheinlich aber wirklich kurz vor knapp vor 2023 sehen, also so wahrscheinlich kurz vor Silvester. Dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall hier gedulden, aber ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich das spätestens in Q1 2023 sehen, wenn wir es im Januar dann auf jeden Fall. Ansonsten ist die Search Bar auch auf jeden Fall noch on track. Ich gehe davon aus, dass das aber tatsächlich eher mindere Priorität hat, nach MCP kommen wird. Das heißt, wenn MCP nicht fertig wird, ja, dann werden wir auf jeden Fall hier, ja, die Search Bar sowieso nicht sehen in diesem Jahr noch. Dementsprechend aber beides auf jeden Fall Dinge, die wahrscheinlich im Januar 2023 dann umgesetzt werden. Ansonsten jetzt auf jeden Fall aufgepasst, denn diese Collectibles werden, beziehungsweise auch Comics werden jetzt in Zukunft geburned. Und zwar sprechen wir hier nämlich einmal vom Molnir Hammer, einmal Mr. Fantastic, Dog Org, Alpha Flight, Hashtag 106, das Comic und Unbeatable Scruggle, Hashtag 1 auch das Comic. Das wird sozusagen am 1. Dezember geburned. Und der 1. Dezember ist tatsächlich schon morgen, deswegen hier auf jeden Fall, wenn ihr noch ein Collectible normal auf dem, wenn ihr sozusagen normal dieses Collectible noch kaufen wollt, ja, dann würde ich jetzt das auf jeden Fall machen, denn ab morgen ist das Ganze nicht mehr möglich, beziehungsweise ihr könnt das dann nur noch auf dem Markt kaufen, wo es natürlich häufig deutlich billiger ist, aber wer auf jeden Fall hier original das Ganze kaufen möchte, der sollte das auf jeden Fall dann heute noch machen. Und ansonsten haben wir auch Informationen für den nächsten Comic-Job, und zwar nämlich für die First Appearance of Rogue. Und hier sehen wir das ganze Comic Avengers Annual Hashtag 1 mit natürlich wie immer exklusiven Rare- und Ultra-Rare-Covern, was tatsächlich jetzt auch zum Standard geworden ist, dass die Comics hier auf 10.000 Editions gebracht wurden. Das ist natürlich an dieser Stelle auch keine Super-Limited Edition mehr, weil das einfach der Standard ist. Das ganze Comic wird am 1. Dezember, das heißt morgen um 17.00 Uhr in deutscher Zeit, droppen. So sehen hier einmal die Cover aus. Für mich persönlich ist das jetzt kein Job, den ich mitnehmen werde, einfach aufgrund dessen, weil auch die Daten von GoCollect nicht gerade vielversprechend sind, auch wenn wir hier eine First Appearance drin haben. Eine 9.6 kriegt man hier für 280 Dollar, also wir sprechen hier wirklich von keinem Grail-Comic an dieser Stelle. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganzen kurzen, wichtigen Infovideo für dich da draußen. Wenn dir das ganze Video was gebracht hat, dann gebt mir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall morgen auf den Stream und natürlich auf dich, wenn du dabei sein solltest. Und jetzt soll ich dir wohlfühlen was sagen, bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.